Augenblick auf Rang 2. Drei Gymnastinnen kommen noch. Die nächste ist dann Cristina Glioghevichuto aus Litauen. Wie gesagt, vier Verbände der ehemaligen Sowjetunion, vier Republiken sind hier am Start. Litauen, Russland, Weißrussland und die Ukraine. Untertitelung des ZDF, 2020 Kleiner Platze, zwei Zehntel. Sehr schwierig. Gleich nach dem Fang sofort wieder abgeworfenen Sprung. Ja, schade, dass sie da gepackst hat ansonsten. Ja, da hat sie schon mittun können um den Sieg in diesem Finale. Die Wertung für Amida Saripova in der A-Note 6,80 Punkte, in der W-Note 2,80 Punkte. Da sehen wir, wie die Keule hinter dem Rücken gefangen wird, also auch wieder eine Höchstschwierigkeit. Ohne Sichtkontakt. Ja, genau. Und hier? Da haben wir die Taucherdrehung und da wollte sie dann auch ohne Sichtkontakt fangen und das hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, die Keule ist nicht weggesprungen, sie musste nicht hinterher rennen, also es ist kein so schwerer.